Was ist eine Virginalhypertrophie? Virginale Hypertrophie, auch bekannt als Juvenile Brusthypertrophie und Juvenile Gigantomastie, ist eine seltene Erkrankung, die ein rasches Wachstum des Brustgewebes in den frühen Teenagerjahren verursacht und zu unverhältnismäßig großen Brüsten führt. Dieser Zustand kann bei jugendlichen Betroffenen ein großes psychisches Trauma auslösen. Ärzte behandeln die Erkrankung normalerweise mit einer Brustverkleinerung. Dieser Zustand ist relativ selten. In diesem Fall sind Mädchen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren betroffen. Virginale Hypertrophie ist gutartig und führt nicht zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen oder zum Tod. In seltenen Fällen entwickelt sich das Brustgewebe auch nach einem chirurgischen Eingriff weiter. Junge Mädchen mit virginaler Hypertrophie entwickeln übermäßig große Brüste. Die Brustwarzen könnten abgeflacht sein, und obwohl die Brüste große Mengen an Bindegewebe haben, haben sie unterentwickelte oder fehlende Läppchen oder milchproduzierende Drüsen. Eine Brust ist in der Regel stärker betroffen als die andere, was zu einer Asymmetrie führt. Große Brüste sind oft totisch oder hängend, wobei die Brustwarzen nach unten und nicht nach oben zeigen. Virginale Hypertrophie kann sowohl physische als auch emotionale Schmerzen verursachen. Einige Mädchen entwickeln Rücken- oder Schulterprobleme aufgrund des Gewichts ihrer Brüste. Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, in Standard-BHs zu passen, und ihre großen Brüste können die Art der Kleidung einschränken, die sie tragen können. Sie könnten sich auch schmerzhaft ihrer Körper bewusst werden. Ärzte empfehlen in der Regel eine Brustverkleinerung, um die Krankheit zu behandeln. Chirurgen ziehen es im Allgemeinen vor, zu warten, bis die Entwicklung der Mädchen abgeschlossen ist, bevor sie eine chirurgische Reduktion durchführen. Anfang 2011 experimentierten Ärzte mit der Verwendung von Tamoxifen, einem Brustkrebsmedikament, bei virginaler Hypertrophie. Es verringert die Schwellung der Brust und kann die Größe der Brüste verringern. Eine Brustverkleinerung ist ein komplizierter und invasiver Eingriff, der unter Narkose durchgeführt wird. Es dauert normalerweise mehrere Stunden, bis die Operation abgeschlossen ist. Der Arzt erstellt mehrere Schnitte im unteren Teil der Brust. Er entfernt das überschüssige Brustgewebe und zieht die Brust wieder um, entfernt die Brustwarze und positioniert sie in eine höhere Position, wobei sie den großen Warzenhof nach unten trennt. Einige junge Frauen mit schwerer virginaler Hypertrophie können ihre Brustentwicklung auch nach einer chirurgischen Reduktion fortsetzen. In diesem Fall kann ein Arzt eine vollständige Mastektomie oder die Entfernung des gesamten darunterliegenden Brustgewebes wählen. Ein Arzt kann das Brustgewebe durch chirurgische Implantate ersetzen. Brustverkleinerung und Mastektomie verringern sowohl die Größe als auch das Gewicht der Brüste erheblich. Einige der Risiken umfassen Infektionen, nach der Operation wieder geöffnete Schnitte und mögliche Asymmetrien. Frauen brauchen mehrere Monate, um nach der Operation zu heilen, und die Eingriffe hinterlassen bleibende Narben auf den Brüsten.